Wonach sehnst du dich, wenn du an die kommende Zeit denkst? Das Zusammenleben, so wie es früher mal war und vor allem an den Kieskindlermarkt, der mir jetzt fehlt. Gesund zu bleiben und dass die Zahlen wieder nach unten gehen. Dass ich wieder mehr Menschen treffen kann und zwar auch normal, also nicht immer darüber nachdenken muss, ob ich sie jetzt umarmen darf oder nicht und so weiter und so fort. Und ja, auch wieder mal essen gehen und mehr Aktivitäten machen können. Familie und Freunde zu besuchen. Natürlich wird es fehlen Silvester, wenn man nur daran denkt. Wir haben da eine große Clique mit 10 bis 15 Leuten und ich denke, das wird dieses Jahr einfach schwierig. Einfach wieder unbesorgt leben zu können, ohne dass man viel nachdenken muss, ob das jetzt gerade wirklich vertretbar ist oder ob man da jemanden in Gefahr bringen kann. Ich spiele Fußball im Verein und der Amateursport liegt einfach komplett flach, was man ja auch verstehen kann. Aber natürlich fehlt einem das, da mit den Kollegen auch nach dem Training mal ein Bierchen zu trinken. Also ich vermisse die Berge und den Schnee und ich würde am liebsten sofort nach Norwegen aufbrechen. Lieber heute als morgen. Also mir geht das so alles so auf den Geist. Aber hilft nichts, müssen wir durch. Ich seh mich da mit Freunden zu treffen und auch mit der Familie wieder zusammenzusetzen. Einfach weil auch die Tage kürzer werden. Ja, die Geborgenheit wieder, dass man zusammenkommt. Große Reiselust hätte ich. Man ist immer hier und man vermisst auf jeden Fall neue Leute zu treffen und neue Orte zu sehen. Dass man endlich wieder miteinander feiern darf. Normal feiern darf, wie man es gewohnt ist, wie man es gern hat. Ja, die Leute zu treffen, wie man es gern hat.